Ich war in dem Neste wirklich mit 40 Fieber und ich hab geschwitzt und geschwitzt und ich hatte ja eben nicht bloß das Fieber, ich hatte es auch noch auf der Plauze. Und jetzt frag ich mal, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, mit was wurden mir immer alle eingeschmiert, wenn wir es auf der Plauze... Bulmudin! Bulmudin! Riechen Sie es? Hier ist doch eine Wolke! Bulmudin! Ah, ich hör's riechen. Das kann uns keiner mehr nehmen. Bulmudin! Ich wach heute manchmal noch nachts auf, will einschlafen, machte die Mutti wieder die Klinke auf. Uwe, hast du schon dein Fiebernachthemd an aus Barschend? Barschend ist kein Urlaubsort an der Ostsee, sondern angeraute Baumwolle. Ja, so. Und du warst fast am Eindunzeln, wie wir sagen. Dieses schöne Sächsische wird eingedunzelt, geht wieder die Klappe öff, also die Türe. Uwe, und bitte noch den Schafwollschal drunter, ja? Denkst du bitte an deinen Schafwollschal? Dieses gottverdammte, elende, Kratzeschafwollding. Kennen Sie das, oder? So, und jetzt stellen Sie sich doch aber mal vor, ich hätte gesagt zu meiner Mutti, Mutti, entschuldige bitte. Aber Schafwollkratzeschal, das sieht mein Lebensentwurf zur Zeit nicht vor. Du, da hätte es gefatscht. Die hätte gesagt, bei dir raschelt's will, oder was? Machet den Strick um, du. Sonst kannst du lieschen bleiben. Ja, so war das in der Diktatur. Und was?